Dieses Wochenende ist es wieder soweit. Am 28. und 29. September habt ihr die Möglichkeit hier bei uns in Aachen am Dreiländerpunkt wieder verschiedene Premium-Bikes zu testen. Wir hatten im letzten Jahr super schönes Wetter und auch in diesem Jahr sieht es so aus, als seien die Wetteraussichten perfekt für ein gelungenes Bike-Wochenende. Auch in diesem Jahr sind wieder sieben verschiedene Premium-Hersteller mit an Bord, die ihre Bikes aus den Bereichen Mountainbike, E-Mountainbike und Gravel mitgebracht haben. Mit dabei in diesem Jahr sind Nikolai, Lightville, Santa Cruz, Focus ist mit dabei, Yeti ist mit dabei, Scott ist mit dabei und auch 3T hat seine Bikes mitgebracht. Und auch die ein oder andere Neuheit wird es zu bestaunen geben. So munkelt man zum Beispiel, dass Lightville ein 301 mit einem E-Motor mitbringt. Und um die Bikes auch in diesem Jahr ausreichend auf Herz und Nieren zu testen, steht euch der Bikepark vom Geländefahrer Aachen am Samstag zur Verfügung. Und für diejenigen unter euch, die sich ein Gravel-Bike mal schnappen möchten, haben wir eine 8 Kilometer lange Testrunde per GPX-Datei ausgewiesen. Und für diejenigen, die es am Wochenende leider nicht zum Testival schaffen, findet ihr hier bei uns in den kommenden Wochen die Bike-Vorstellungen der coolsten Bikes vom Testival. Und damit du genau das nicht verpasst, abonniere unseren Kanal und alle weiteren Informationen zum Testival findest du unten in der Videobeschreibung. Wir sehen uns am Wochenende.